ja hallo und willkommen zurück hier zur halo the masterchief collection wir sind gerade bei den bei der allianz auf dem raumschiff wird hier irgendwie über dem halo schwebt und wir sind auf der suche nach commander keith oder captain keith und ja würde ich mal sagen dann machen wir hier gleich mal weiter es ist ein bisschen schwer hier sondern so punkt zu finden wo man abhacken kann irgendwie will nicht gerade nach einer sequenz ist oder so okay jetzt sehe ich ja wo der nächste kontrollpunkt war okay macht die sache ein bisschen komplizierter jetzt leer aber hatte er hat doch bestimmt hier alter ich schmeiße mit granaten um mich los punk gib mir deine waffe leise abhacken Sollte die Brille ? ? ? Was ist das? also wenigstens machen sich die kurzen da stets bemerkbar ich werde verstärkung anfordern wäre sinnlos mit weniger als voller stärke da rein zu gehen wir brauchen mehr unterstützung wir werden das hangar tor wieder öffnen rücken sie vor und setzen sie auf mein signal in reservetruppen ab die 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 Ja! Cortana an Echo 419. Hangertor ist offen. Beginnen Sie Anflug. Roger, Echo 419 im Anflug. Verstanden, Cortana. Echo 419, warte auf Ihr Signal. Der Urbund weg ist die Orientierung. Anflug. warum geht den gegnern eigentlich nie die munition aus ich habe Verstanden Cortana, Echo 419, warte auf ihr Signal. Macht mir nicht leicht. Verstanden Cortana, Echo 519, warte auf ihr Signal. Verstanden Cortana, Echo 419, Hangar Tour ist off. Beginnen Sie Anflug. Master, Echo 419 im Anflug. Alles klar. Die Kamalerie ist da. Bewegung, Marines. Oh Mann. Vorsichtig. Guter Schuss. Sieht ihn irgendjemand? Wo sind sie? Wie wäre es noch nicht hier master tief? Ein Medicator, ein frisches Schild oder... ...wie eine Handvoll Waffen? So was gibt's umsonst. Wir entkommen zu nicht. Schlaf Feuer. Oh. Oh. Vorsichtig. Mist. Lass mir ein paar übrig. Ich bin genau hinter dir. Ja, geh mal ran. Ja, ran an den Feind. Komisch auf die Ballatte übrigens aber auch nicht, ne? Ja, so. Mir entkommst du nicht! Ihr Feuerschutz! Richtig, so! Da! Ich hab noch was für dich! Moment. Ne, da muss man sich immer so ein bisschen dran gewöhnen, ne? Weil ich bin gewohnt, da man die Waffen automatisch, ne? Da drüben! Jetzt stirbst du! Hier drüben! Oh, lass dir helfen! Weg da! Gott sei Dank, bin ich nie von hier gekommen. Aber ich bin jetzt eine Ebene höher, ne? Hey, ich kann sterben! Oh, Mist! Gut geschossen! Oh, ja! Rette sich, wer kann! Ha! 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 Dort ist es! Richtig so! Ich seh' sie! Alle Mannen, du kennst! Und lass! Aufsicht! Oh! Ha! Ha! Ich glaub es nicht! Ich glaube es nicht! Ich hab mich jetzt, ich hab mich hier durch meine eigene Granate, irgendwie wird geblastert jetzt! Äh! Was zum... Pass auf! Hey! Hey! Hab sie erwischt! Ich geh rein! Nichts zu sehen! Ich weiß, dass du da bist! Hat sie jemand gesehen? Ja! Na also! Roger! Oh! Ist das alles, was du drauf hast? Wow! Wow! Meine Schuld! Oh! Ah! Das brennt! Ich kieche! Ah! Wow! Wow! Er kommt mit mir! Nach wie mit dem Kopf! Wow! Ich glaub davon hat nicht Eingetreffer! So, einmal gucken! Gefällt dir das? Weiter so! Oh! Mich hat er mich! Nicht schießen! Aus dem Weg! Miss! Lass was für die anderen übrig! Oh ja! Ich sehe einen! Äh? Lass! Suchen wir sie! Ich hole sie mir! Das sieht für die Kommandozentrale des Schiffs aus. Das Signal des Käpt'n ist stark. Er muss in der Nähe sein. Das sieht gut aus, Tief. Wir können das Lager durchchecken, während Sie den Käpt'n suchen. Viel Glück hier! Lass uns hier! Das ist gut aus. Das ist gut aus. Ich mach dich weg. Warum sollte man so ein Raumschiff bauen, weil so, 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 so ging er einfach nur halt irgendwie. Ja, da hätte man auch einen großen Platz einfach lassen können, ja, ein riesiger Raum oder so. Ja, ich hab gesehen, hinter mir geht's nach oben und... Geh mal hier. Ah Ah Na ja Oder? Auf jeden Fall eingefangener Oh, hier sind noch mehr Ich wusste, dass einer an Bord war Hierher zu kommen, war leichtsinnig Sie beide sollten das besser wissen Danke Marines, Waffen laden und sichern Marschbereitschaft herstellen Während die Allianz uns hier festgehalten hat Habe ich mitbekommen, wie sich die Wachen über die Ringwelt unterhalten haben Sie nennen sie Halo Ein Moment, Sir Schalte mich in das Netz der Allianz ein Laut der Daten in ihren Netzen ist der Ring von großer religiöser Bedeutung Wenn ich das richtig verstehe Halten sie Halo für eine Waffe von unvorstellbarer Kraft Dann ist es wahr Sie haben dauernd gesagt, dass der, der über Halo herrscht, das Schicksal des Universums in den Händen hat Jetzt verstehe ich Ich habe zahlreiche Meldungen abgefangen, nach denen ein Team der Allianz nach einem Kontrollraum sucht Ich dachte, sie seien auf der Suche nach der Brücke eines Kreuzers, den ich während der Schlacht über dem Ring beschädigt hatte Aber sie sind auf der Suche nach der Zentrale von Halo Das sind schlechte Nachrichten Wenn Halo eine Waffe ist und die Allianz sie unter ihre Kontrolle bringt, werden sie mit ihr die Menschheit auslöschen Chief, Cortana, ich habe einen neuen Auftrag für Sie Wir müssen vor der Allianz den Kontrollraum von Halo erreichen Marines, gehen wir Ja, Sir Okay, Sir Chief, Sie führen Wir sollten zurück zum Hangar und ein Ewag anfordern Ich hab sie Sauber Weiter so Meine Schuld Macht sie alle Richtig so Ich gehe rein Lass dich nicht abhängen Jetzt ist der Hangar die richtige Wahl Allerdings erst Warte mal Waffen Vorsicht Könnte überall sein Ne, nicht den Den Ich sehe nichts Hörst Dann habt ihr mich verirrt Sperrfeuer Weiter so Die kommen nicht wieder Und immer wieder sind dann Große da Und wieder hat das war es mit der Uri Äh, wir haben den Käpt'n und müssen sofort hier raus Negativ, Cortana. Ich werde von Lufteinheiten der Allianz angegriffen. Kann sie mir kaum vom Leib halten. Besser, Sie suchen sich selbst ein Schiff, das sie mitnimmt. Tut mir leid. Verstanden, Fauxhammer. Cortana Ende. Luftunterstützung ist abgeschnitten, Captain. Wir müssen hier aushalten, bis sie kommt. Oh Mann! Wir sitzen in der Falle, oder? Wir sind geliefert! Wir sind geliefert, Mann! Reißen Sie sich zusammen, Sie sind ein Marine. Cortana, wenn Sie und der Chief uns in eines der Landungsschiffe der Allianz kriegen, kann ich uns hier rausfliegen. Ja, Captain. Da, ein Landungsschiff der Allianz, das noch angedockt ist. Aus dem Weg! Sieht ihn irgendjemand? Wir sind geliefert! Kommt ihr? Hier drüben! Hörte den! Roger! Du bist wie im Weg! Weiter so! oh siehst du ihn Was zum... Sperrfeuer! Ich krieg das Schwein. Hier ist alles klar. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Fertig, das Landungsschiff ist bereit. Okay, Leute. Gehen wir an Bord. Brauchen noch einen Moment, die Verbindung zur Schiffsteuerung herzustellen. Ach was, nicht nötig. Diesen Vogel fliege ich selbst. Captain, Jäger! Festhalten! Sehr nett, Sir! Zeit, ein paar Rechnungen zu begleichen. Die Allianz glaubt, dass Ihr schweigender Kartograph irgendwo unter der Insel ist. Der Kartograph ist ein Kartenraum, der uns zum Kontrollzentrum von Halo führt. Auf der Insel sind mehrere Komplexe und Anlagen. In einem befindet sich der Kartenraum. Wir nähern uns der EZ. Das wird brennt nicht. Nach der Landung, raus und dran! Landung! Haubein, Marine! Los, los, los! Mich hat's erwischt! Oh. Sorry. Hehehe. 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 Da, Feuer! Oh. Gebiet gesichert. Alle feindlichen Einheiten eliminiert. Verstanden. Echo 419 im Anflug. Hat jemand einen Warthog angefordert? Wusstet ihr nicht, dass Sie Hausbesuche machen, Frau Hämmer? Sie kennen unser Motto. Wir bringen's. Klar, dann stellen die uns jetzt hier so einen Warthog hin. Für die Einrichtung, schätze ich mal. Mach es platt! Okay, also vorwärts. Suchen wir den Kartenraum. Dort finden wir hoffentlich die Lage des Kontrollraums. Schnell, dranbleiben! Was für ein Scheiß! Kransch! Wir enttäuschen, Lied! Jetzt mehr Feuer, Schuss! Da ernsthaft das Shield ist schon wieder... In der Zielwinkel! Was ist das? Kein... ... Hier kommt Nachschub! Ja! In der Wand! Wette, der schweigende Kartograf ist irgendwo in der Anlage! Steck da rein! Ich bin mir nicht sicher, ob das der Plan ist. Ich bin mir nicht sicher, ob die Allianz die Subsysteme von Halo so gut kennt. Sie haben die Türen verriegelt und wir haben nicht genug Feuerkraft, um durchzukommen. Cortana an Kies. Sprechen Sie, Cortana. Haben Sie das Kontrollzentrum gefunden? Negativ, Captain. Die Allianztruppen hindern uns am Vormarsch. Wir können nicht weiter, solange das Sicherheitssystem der Anlage nicht deaktiviert ist. Verstanden. Wir sind noch immer auf dem Weg zum Ziel. Möglich, dass wir dort keinen Funkkontakt mehr haben. Hier sind Ihre Befehle. Nutzen Sie alle Mittel, um in die Anlage einzudringen und finden Sie Helos Kontrollzentrum. Wir müssen zum Zentrum, und zwar vor der Allianz. Ein Fehlschlag ist nicht akzeptabel. Echo 4199. Ich bleibe in Stellung und bereich die Allianzler im Auge. Zweiter Trupp, abwärtsbereit, sobald alle oben sind. LZ sieht sicher aus, Sir. Keinerlei Aktivität. Viel Glück, Leute. Kies, Ende. Wir müssen die Sicherheitsüberbrückung finden, um diese Tür zu öffnen. Lass mich ran und die ist vollkommen, äh, irgendwo anders. Ich hab einen erwischt. Ja, good boy. Scheint so, als ob es einen Pfad zum Inneren der Insel gibt. Dort ist der Eingang zur Sicherheitsunterstation, aber wie es scheint, müssen wir einen anderen Weg nach oben suchen. Ach, hier ging es los, ne? Ich bin jetzt hier einmal im Kreis. Alles gefahren, alles klar. Ist ja interessant. Okay, einen anderen Weg nach oben. Einschleidung. Ich bin jetzt auseinander in der Tiege. Wääh, besser auf wie es ist. Wenn du auch, wenn du siehst. einen anderen Weg. Ja, ich sehe aber keinen. Ich meine, okay, da muss hier jetzt nicht unbedingt so ein Pfad sein. Man kann ja auch absteigen. Jetzt gucken wir erstmal hier. Ne, das hier sieht mir doch wie ein Gang aus, oder? Ja. Nein, nein. Die legen mir hier buchstäblich Steine in den Weg. Okay. Okay, hier ist jetzt aber langsam am Ende, ne? Oh, wie. Hätte ja jetzt auch mal eine Granate rumliegen können oder so, ne? Anstatt... Ja, wobei, ich fledere hier gerade die Leiche meiner Kameraden, also ne, so viel, das hat jetzt nicht. Tromminieren zu greifen. Okay. 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 Bij Entquezen. Okay. Nationalmuss Estetik und Regen говорю mir mit. Let's sechneiden. Okay. Das war's für heute. Okay, Moment. da drüben habe ich schon irgendwelche boobies gesehen mit schildern du bist echt wacker mein freund warum nicht da versuchen wir es einfach noch mal siehe da ist klappt hat er jetzt aber auch nicht erwartet ich habe es zuerst gesehen die große fresse du stehst da oben auf dem ding und trifft nichts die sind ja überall so was geht umsonst das ist das das ist das das ist das okay moment ich mache hier noch mal zusammen na steht so bequem schön dranbleiben weglaufen nicht weg jetzt brauche ich wieder irgendwo zurück hier du Und nächstes Mal zeigen wir es Ihnen richtig. Hier entkommst du nicht. Du willst noch ein paar Kugeln einfangen? Alles klar, aber ich sage ruhig, hier fahre ich auch rein. Allerdings bin ich schon wieder bei 40 Minuten, den Kontrollpunkt hatten wir auch. Und deswegen würde ich sagen, ich laufe hier und fahre hier beim nächsten Mal rein und sammle mir vorher erst mal diese, was ist das? Man weiß es nicht. Okay Leute, beim nächsten Mal geht es hier weiter mit Halo. Der Master Chief Collection, beziehungsweise hier Halo 1. Los geht's. Okay. Ja.